Aua! Ach man, so ne Scheiße! Du kleine Dorfzicke, ey! Geh weg! Ach man, jetzt schmiert das von unten. Bestimmt den Ding, der hat's ne Kopfnuss, weißt du das? Boah, rechst mich der scheiß Stein auf! Psch! Ne, nicht psch! Psch! Schrei nicht so! Ja, schrei nicht so, die Scheiße! Nimm dir seit ne Stunde an den scheiß einen blöden Stein da dran! Das dumme Nichtvieh! Ist so gut! Boah, dreht mich total auf, ey! Guck mal, ah, der Dumme! Ich mach, ich knopp den gleich kaputt! Wenn der jetzt nicht hält, ne? Ich mach den fertig! Ich mach den fertig! Die hat mich richtig genervt. Also, die ist mich persönlich angegangen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Viele sagen jetzt, okay, können die Leute ruhig sagen, aber die Platte hat mich persönlich berührt, weil die gerutscht ist. Und wir konnten da diese Zollstockstückchen zwischen machen, wie wir wollten, und die ging mir so gegen den Strich. Ich wurde so wütend, die hätte ich am liebsten abgenommen und richtig vom Mops. Von mir aus können alle sagen, dass wir keine Ahnung haben. Das geht mir einen Kilometer am Poppes vorbei, weil, wenn das fertig ist, dann weiß keiner mehr, ob wir Nägel genommen haben oder nicht. Vielleicht die Leute, die es gesehen haben, aber, mein Gott, die werden sich sagen, die haben sie zwar nicht mehr alle, aber die wissen sich zu helfen. Also, ich helde. Ich helde. Ich helde. Vielen Dank.